Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Drei Prozent der über 50-jährigen Deutschen leben mit einem Aneurysma im Kopf, aber die wenigsten wissen davon und die wenigsten haben Symptome. Doch wenn ein solches Aneurysma dann platzt oder reißt, dann kann das lebensgefährlich werden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Manche von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben vielleicht auch den Fall von Monika Liederhaus im Kopf. Andere kennen vielleicht den Fitness-Influencer Joe Lindner, der vor kurzem mit 30 Jahren erst an einem Aneurysma verstorben ist. Und die Frage ist natürlich, was tut man, wenn sowas entdeckt wird? Welche Behandlungsoptionen gibt es? Und das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf einen Mann, der sich damit bestens auskennt. Professor Dr. Bernd Eckert ist heute bei mir. Er ist Chefarzt für Neuroradiologie an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen. Ja, hallo, Günther. Mein Name ist Vanessa Seifert. Ich freue mich, dass Sie da sind und auch, dass Sie zuhören bei dieser neuen Feuerwehr. Herr Professor Dr. Eckert, was ist denn ein Gehirnaneurysma? Ja, ein Aneurysma ist im Grunde eine Ausbeulung der Arterienwand im Gehirn. Es gibt eine Wandschwäche und die kann in der Zeit sich entwickeln zu einem Aneurysma. Also es ist im Grunde genommen eine Beule im Gehirngefäß. Und wann wird diese Beule gefährlich? Ja, die kann ewig sein und es kann gar nichts passieren. Aber es kann eben manchmal zu einem Einriss in der Wand kommen. Und wenn es dazu kommt, dann gibt es eine Blutung ins Gehirnwasser. Nicht unbedingt direkt ins Gehirn, sondern ins Gehirnwasser. Und das ist dann immer eine potenziell lebensgefährliche Situation. Und spüre ich das? Bekomme ich das mit als Betroffener? Also gibt es Symptome, Kopfschmerz, was spüre ich da? Ja, das bekommt man unbedingt mit. Das ist ein Kopfschmerz, wie man ihn noch nie erlebt hat, so sagen wir immer. Man kennt ja Kopfschmerzen in vielerlei Hinsicht. Schläfenkopfschmerzen, Kopfschmerzen, Spannungsgeschmärz, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat, diese Dinge. Aber das ist etwas von einer ganz anderen Qualität. Das ist so ein heftiger Kopfschmerz. Das spüre ich auch. Sie haben einen Kopfschmerz wie noch nie und Sie müssen sich erst mal hinlegen. Klassischerweise haben Sie auch sozusagen eine Lichtempfindlichkeit und es geht Ihnen erst mal schlecht. Und die Schmerzen strahlen dann häufig in den Nacken. Also man muss eben bedenken. Aber trotzdem, erst ist der Kopfschmerz, der dann später in den Nacken strahlt. Das ist der Klassiker. Und dann sollte ich auch zeitnah einen Arzt auch tun. Ja, das soll man unbedingt tun. Ich meine, gut, man weiß natürlich erst mal nicht die Idee, was es sein könnte. Aber so ein ganz heftiger Kopfschmerz, wie ich Ihnen eben beschrieben habe, muss unbedingt dazu führen, ins Krankenhaus zu gehen. Und wer trägt denn ein besonderes Risiko dafür, dass so ein Aneurysma sich überhaupt entwickelt? Das ist schwer zu sagen. Es gibt keine richtige genetische direkte Vererbung. Die gibt es nicht. Aber es gibt noch Häufungen in der Familie. Also diejenigen, die in der Familie wissen, dass sicher einer ihrer direkten Angehörigen ersten Grades eine Aneurysma-Erkrankung hatte, die tragen ein erhöhtes Risiko und dann gibt es einige sehr seltene genetische Erkrankheiten, die da zu disponieren. Aber im Grunde ist das sehr zufällig, wenn man ehrlich ist. Das heißt, es wird in der Regel auch in den meisten Fällen zufällig entdeckt? Das ist das Normale. Also wenn man im Kernspiel war, das ist eigentlich das Häufigste. Also wir machen ja auch in der Klinik häufig Notfall-CT-Untersuchungen oder MR-Untersuchungen, wo wir die Gehirngefäße darstellen. Da entdecken wir auch manchmal Aneurysmen. Aber viel häufiger werden sie entdeckt in der Praxis, wenn aus irgendwelchen Gründen Schwindel, Kopfschmerz, sonst was, ein Kernspiel des Kopfes gemacht wird und dann sieht man das Aneurysma. Und dann auf einmal weiß man um dieses Aneurysma und weiß um dieses Risiko. Man muss allerdings dabei wissen, das Aneurysma per se macht eigentlich überhaupt gar keine Beschwerden. Bis auf wenige Aussagen. Das kann man auch auf Hirnnerven drücken und Doppelbilder machen. Das ist auch übrigens wichtig, wenn man plötzlich Doppelbilder kriecht, auch immer zum Arzt gehen. Auch ohne Kopfschmerzen. Aber Kopfschmerzen und Doppelbilder, noch mal mehr zum Arzt gehen. Doppeltes Warnsignal, genau. Auf jeden Fall muss man dann zum Arzt gehen. Und dieses zufallsentdeckte Aneurysma ist erstmal kein Symptom, sondern eine Bedrohung. Stellt eine potenzielle Bedrohung dar, weil man auf einmal weiß, ich habe diese Gefahr. Das ist wie eine zickende Zeitbombe, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, das wird häufig benutzt. Die Patienten werden dann häufig auch erstmal in Angst und Panik versetzt, wenn sie das hören. Man muss dann versuchen, das sozusagen nüchtern zu betrachten. Das Risiko, aus diesem Aneurysma zu bluten, ist über viele Jahre im Prozentbereich. Also den allermeisten, muss man auch sagen, Sie hatten eben gesagt, drei Prozent der über 50-Jährigen haben ein Aneurysma. Aber die allermeisten wissen es nicht und bei den allermeisten passiert auch nie etwas. Also es muss nicht platzen. Und wir versuchen dann rauszufinden mit den Mitteln, die wir haben, wie hoch das Risiko ist, ob so ein anderes mal platzen kann. Genau, das heißt, man würde dann ja abwägen oder individuell schauen, muss man behandeln, wenn ja, oder? Man könnte aber eben auch weiter damit leben. Ja, so ist es. Das muss ein Besonderes beachten, wenn man sich dazu entschließt. Also erstmal würde ich empfehlen, ein Zentrum aufzusuchen, wo alle Disziplinen vorhanden sind. Das heißt Neurologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie, das Fach, das ich vertrete. Und dann müsste man sich das Aneurysma genau angucken. Meistens wird das ja in der Kernspintomographie, in der Kernspintangiografie entdeckt. Das ist eine Lösung, wo man auch kein Kontrastmittel braucht. Das ist natürlich ganz gut für die Patienten. Und dann ist das Aneurysma da und dann würde man sich in dieses Zentrum begeben. Und dann würden sich die Spezialisten, insbesondere Neurochirurgie und Neurologie, das Aneurysma erstmal angucken. Wir empfehlen dann immer, eine Angiografie zu machen. Eine Angiografie ist eine Darstellung der Gehirngefäße. Wir müssen dann zwar mit einem Katheter vor Ort sein, in den Halsarterien. Das hört sich jetzt immer abenteuerlich und angsteinflößend an. Früher haben wir die Leistenarterie punktiert. Heute punktieren wir dafür fast immer die Handarterie. Und das können wir ambulant vornehmen und können mit dem Katheter dann in die Halsarterie gehen. Das merkt man gar nicht. Das ist eigentlich erstmal sozusagen von der Untersuchung selbst gar nicht schlimm. Das ist wie beim Zahnarzt eine örtliche Betäubung. Von der Rest der Untersuchung merkt man sehr wenig und geht danach wieder nach Hause. Es gibt natürlich auch da geringfügige Risiken, aber in den allermeisten Fällen passiert da nichts. Sondern wir kriegen sehr viele Informationen und können mit dem Neurochirurgie uns genau angucken, wie sieht das aus das Aneurysma. Und dann müssen wir abwägen, wie gefährlich ist das Risiko der Blutung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das passiert ja in den allermeisten Fällen nicht morgen und übermorgen, sondern es ist eine langfristige. Man hat Zeit, man hat Zeit, man hat auch Zeit, sich Gedanken zu machen und sich zu entscheiden. Und dann guckt man sich das gemeinsam an und dann sieht man, welche Risiken gibt es für die Blutung. Das ist das eine. Und das andere, wie risikoreich ist die Behandlung. Das müssen wir immer gegenüberstellen. Und wenn wir, und das ist wirklich bei den meisten Fällen der Fall, weil es gibt natürlich ganz verschiedene Konstellationen. Aber wenn wir sagen würden, das Aneurysma hat eine relativ hohe Blutungsgefahr, die Behandlung ist aber überschaubar niedrig. Das Risiko einer Behandlung hat nicht null Risiko. Es hat ein vertretbar niedriges Risiko. Dann würden wir sagen, das Risiko der Behandlung ist vertretbar niedrig. Das Risiko der Blutung über die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist wahrscheinlich erhöht. Wir empfehlen die Behandlung und wenn die Behandlung gut geht, dann ist man die Sorge los. Das ist eben auch das, was man betrachten muss. Aber wir haben natürlich sehr wohl auch Untersuchungen, wo wir dann sagen, das Aneurysma ist klein. Die Oberfläche sieht gut aus. Wir haben eigentlich kein Indiz dafür, dass das Risiko erhöht ist. Und dann würden wir sogar empfehlen, auch dass wir sagen, Beobachtung. Kernspintorangeografische Kontrolluntersuchungen und über die Jahre bleibt es stabil. Das ist dann zunehmend auch ein beruhigendes Gefühl. Und die Patienten sind dann auch gar nicht mehr beruhigend. Und können ja ohne so Weise, neben mir vor, noch was beachten. Oft habe ich gelesen, kommt die Frage auf, darf ich noch Flugreisen machen? Aber auch das ist in Ordnung. Ja, das ist die häufigste Frage. Ja, naja gut, aber das ist eine ganz wichtige Frage natürlich. Weil stellen Sie sich vor, Sie wissen um dieses Aneurysma, das beeinflusst Ihr Leben. Die Aktivitäten auch. Man denkt, man kann nicht mehr Sport machen. Man denkt, man kann nicht mehr Fernreisen machen. All diese Dinge sind vorhanden, wenn man das Aneurysma hat. Wenn man es behandelt hat und das sauber behandelt ist, dann ist man diese Sorge los. Aber das ist kein Argument, Aneurysma zu behandeln. Jetzt haben wir den Fall, wir haben das Aneurysma nicht behandelt. Können wir dann trotzdem reisen? Und wenn wir dann beurteilt haben, das Aneurysma, die Blutungsgefahr des Aneurysmas ist niedrig, dann können Sie auch alles machen. Und dann gehen Sie zu den Kontrollen, die wir erst ein Jahr, dann drei, dann fünf Jahre Abständen machen. Und wenn es stabil ist, ist das Risiko natürlich auch da nicht null, aber so gering, dass Sie alles machen können. Und man gewöhnt sich auch damit zu leben tatsächlich. Ich kenne viele Patienten, die ich über Jahre begleite und wo nichts passiert. Und das wird dann so hingenommen. Also die Bandbreite ist enorm bei dieser Erkrankung. Und woran bemisst sich das Blutungsrisiko? Sie haben schon ein bisschen angedeutet, die Ausbeulung, also wie groß ist das überhaupt? Sie haben schon die wichtigsten Dinge genannt eben. Das eine ist ganz ordinär die Größe. Große Aneurysma ist häufiger, ist klar. Das zweite, und das sehen wir immer bei der Angiografie, wie ist die Geometrie des Aneurysmas, wie ist die Wand beschaffen? Wenn wir eine Wand haben, die unregelmäßig ist und wo wir sogar noch eine kleine Ausbeulung haben, dann wissen wir, an der Stelle ist die Wand sehr schwach. Und das ist für uns ein hohes Blutungsrisiko. Das ist das eine. Das zweite ist, wo liegt es? Es gibt bestimmte Lokalisationen, die häufiger zur Blutung neigen als andere. Und das dritte ist, welche Risikofaktoren hat der Patient? Man kann wahrscheinlich die persönliche Konstitution spielen auch eine Art Blutdruck oder... Sie haben gleich wieder alles genannt. Also die Faktoren, wann es blutet, sind Rauchen, ist Bluthochdruck und allgemein auch ein paar andere Erkrankungen. Aber das sind die wesentlichen Dinge. Und es gibt dann auch Patienten, die den Bluthochdruck trotz vieler Medikamente nicht in den Griff kriegen. Von denen können wir sagen, also die haben ein höheres Risiko. Alkohol ist auch nicht gut, muss man sagen. Gut, also die gängigen Dinge eigentlich fast. Ja, aber das kann man ja alles vermeiden. Und wenn man den Blutdruckdruck einstellen kann, dann kann man auch die Risikofaktoren beeinflussen. Und wenn das Aneurysma ansonsten wenig Blutungsrisiken hat und man die Risikofaktoren auch beeinflussen kann, dann kann man auch mit einem kleinen Aneurysma leben. Und spielt das Alter des Patienten, obwohl ich sage mal 30-Jährigen, wir hatten das Beispiel in der Anmoderation, würde man tatsächlich eher operieren als bei einem 85-Jährigen. Ganz richtig, ganz richtig, ganz entscheidend natürlich. Wir haben häufig, ich kriege dann immer die Bilder zugeschickt von der Kernspirntomographie und da ist meinetwegen bei einem 75-Jährigen oder 80-Jährigen ein kleines Aneurysma. Da will ich natürlich immer sagen, das Risiko der Behandlung ist deutlich höher als das Risiko der Bluthochdruck. Ganz klar, eindeutige Sache. Wenn jetzt wie in dem Fall des Bodybuilders, die Sie eben genannt haben, ein kleines Aneurysma in einer gefährlichen Stelle ist, dann würde ich auch bei einem 30-Jährigen, das gibt es auch durchaus natürlich, wenn auch selten, bei einem kleinen Aneurysma in einer bestimmten Blutstation unbedingt zur Behandlung raten. Also das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Es sind eben sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber die wesentlichen haben Sie alle genannt. Wenn man denn behandelt, wie tut man das? Ja, also wenn man behandelt, gibt es zwei Behandlungsbetonen. Das eine ist der Neurischirurg. Das war früher natürlich die klassische Behandlung bis in die 90er Jahre, muss man sagen, dass man mit einer Schädeleröffnung von außen zur Aneurysma geht und das von außen mit einem Clip zumacht, sozusagen von außen verschließen. Klippen an Klippen, das macht der Neurischirurg. Von außen durch eine Öffnung der Schädeldecke. Das hört sich natürlich auch immer massiv an, ja, sehr massiv. Aber das sind natürlich geübte Operatöre, die das sehr gut können und der Zugang ist jetzt gar nicht so das Problem. Gibt es natürlich auch Komplikationen, aber das ist nicht das Thema. Bei uns ist der Zugang natürlich sehr viel angenehmer, weil es ist nur ein kleines Loch in der Leiste oder in der Armerterie. Auch eine Behandlung können wir inzwischen über die Armerterie vornehmen. Also der Zugang bei uns Neuroradiologen ist minimalinvasiv und das, was wir Neuroradiologen machen, nennt sich Coiling. Coiling, warum? Weil wir gehen also von innen, das kann man sich zwar gar nicht vorstellen, aber das ist mittlerweile seit über 30 Jahren Routine, mit verschiedenen Kathetern, erst einem größeren bis zur Halsarterie, dann einem kleineren bis direkt in das Aneurysma. Das sind ganz kleine Katheter, das sind Drähte und Aneurysmen, die einen Durchmesser von weniger als einem Drittel Millimeter haben. Und mit bestimmten Techniken in der Angiografie können wir das so vergrößern, dass wir das bestens kontrollieren können. Und dann gehen wir in dieses Aneurysma und verschließen es von innen mit Platinspiralen. Und diese Platinspiralen sind englisch Coils, also Schleifen. Daher kommt der Begriff Coiling. Das ist so in den 90er Jahren in Amerika entwickelt worden, von einem Italiener, Gugliemi. Und eigentlich hätte er dafür den Nobelpreis verdient, finde ich. Aber Mediziner kriegen heutzutage schwer einen Nobelpreis, das sind überwiegend Grundlagenforscher. Aber das hat natürlich die Behandlung revolutioniert. Und inzwischen ist es so, dass über 70 bis 80 Prozent der Aneurysmen auf diese Art und Weise behandelt werden. Der Zugang ist schon da, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die Komplikationen. Weil wir müssen ja immer die Komplikationen fürchten. Was kann passieren? Es kann bei dem Eingriff bluten und dann kann es lebensgefährlich sein. Und es kann vor allen Dingen zu dem Verschluss von angrenzenden Adern kommen, auch zu Thrombosen. Und dann kommt es zu einem Schlechanfall. Und wir haben eben in Studien herausgefunden, dass zumindest bei den gebluteten Aneurysmen, bei den nicht gebluteten ist die Studienlage nicht so klar. Aber auch da spricht alles dafür, dass wir bei dem Coiling oder bei unserem Verfahren weniger Komplikationen haben. Gut, das ist natürlich eine dauerhafte wissenschaftliche Debatte, die wir auch mit den Neuschurungen weiterführen. Wir versuchen im Studien Klarheit zu kriegen. Aber eins ist klar, wenn der Patient geblutet hat und das über unseren Weg, also Ende vaskulär mit dem Coiling gut geht, dann sind wir diejenigen, die in der Regel das behandeln. Deswegen inzwischen 70 bis 80 Prozent der Aneurysmen. Aber der Neurodolog ist dabei bei so einem Eingriff für den Fall. Das ist ganz entscheidend. Er ist zwar nicht beim Eingriff dabei, aber er ist bei der Entscheidungsfindung dabei. Das heißt, wir machen im Notfall die Angiografie und dann sehen wir uns das andere mal an und dann entscheiden wir gemeinsam, wer behandelt. Und dann machen wir es entweder wir Neurodologen mit dem Coiling oder der Neurodolog eben mit dem Clipping. Und dann ist auch wichtig, dass er am Hause ist, weil es kann natürlich in jeder Hinsicht dann bei dem einen oder anderen Verfahren eine Komplikation eintreten. Und dann ist es wichtig, dass die eine Disziplin 24-7 im Hause ist. Das ist der zweite Grund, warum man mit so einer Erkrankung immer ins Zentrum gehen muss. Und wie oft führen Sie das Coiling durch? Hast du dich ins Altona ganz konkret so aufs Jahr gesehen? Ja, wir haben so ungefähr 100 bis 150 diese Eingriffe im Jahr. Es schwankt mal je nachdem. Es ist auch immer unterschiedlich. Haben wir mal Zeiten, wo viele Patienten mit einem Eingriff kommen? Dann haben wir mal wieder mehr. Aber wir haben eine relativ kontinuierliche Zahl an elektiven Aneurysmen, die wir also vorbeugend behandeln. Und das sind ganz unterschiedliche. Mal waren es 150, Mal sind es 100. Die sind Größen bereit. Also wir haben das pro Woche mehrfach, diese Behandlung. Und wie lange dauert die E-Schnitt, die Behandlung? Das kann mal ganz schnell gehen. Also das kann mal eine Untersuchung. Man muss ja immer die Narkose noch und alles hin und dazurechnen. Der Eingriff selbst dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten. Er kann in komplizierten Fällen auch länger dauern. Weil das habe ich eben noch nicht erwähnt. Es gibt jetzt auch neue Techniken. Coiling ist sozusagen der klassische Begriff von dem, was wir machen. Aber wir haben inzwischen ganz viele neue Verfahren. Wir haben kleine Körbchen, die genau auf die Zettelmillimeter bemessen in das Aneurysma reinpassen, die wir da absetzen. Das sind so technische Feinheiten. Die ersetzen dann diese Platten-Spiralen? Ja, anstelle der Platten-Spiralen tun sie ein Körbchen da rein. Und da gibt es also inzwischen viele Techniken, die uns ermöglichen, jetzt auch Aneurysmen zu behandeln, die man früher nur hätte operieren können. Aber wichtig ist auch, trotzdem hat die Operation weiter ihren festen Platz. Weil es gibt Aneurysmen, da wissen wir, mit all dem, was wir haben, das wird komplikationsträchtig, wenn wir es machen. Das ist besser, wenn es ein No-Shock macht. Es tut sich permanent irgendwas. Und man muss wirklich auch aufpassen, dass man up-to-date bleibt und die neuen Materialien kennenlernt. Sehr genau prüft, ob sie wirklich eine Verbesserung darstellen. Und das ist in den letzten Jahren bei vielen Materialien der Fall gewesen. Okay, das heißt, warum war der Barplatin so entscheidend? Ja, das war jetzt eine, also das eine war immer, wie gut ist das sichtbar? Wir machen ja eine Durchleuchtung. Viele denken, es ist wie bei der Darmspiegelung, dass wir sozusagen direkt von innen sehen. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir gucken von außen, das heißt, wir gucken mit der Röntgen durch Leuchtung. Das muss also metalldicht sein und muss gut sichtbar sein. Das ist das eine Kriterium. Das zweite Kriterium ist, dass man das elektromechanisch ablösen kann. Das heißt also, wenn ich zufrieden bin, wie der Kohl sitzt, dann lasse ich ihn drin, dann gebe ich einen kleinen Kriegstrom, dann löst er sich ab. Und wenn ich es nicht will, weil ich das repositionieren will oder weil das irgendwas gefährdet, dann ziehe ich ihn wieder raus. Und das heißt also, auch die elektromechanischen Eigenschaften müssen, und da ist man auf Platin gekommen, also da müssen Sie wieder den Grundlagenforscher fragen, aber das ist Platin, so sind die. Und die Korpschen, was man wieder nicht umgeschaffen hat? Die sind wiederum aus einem anderen Metall, das ist aus Nitinol, das ist ein besonders verfügbares oder dehnbares Material, was aber dann die Festigkeit hat und dann immer so bleibt und auch gut sichtbar ist. Und das ist ein anderes Material, was wir aus anderen Gründen, auch das müssen wir elektromechanisch ablösen, aber das betrifft nur die Ablösestelle und nicht das sonstige Material. Und insofern ist das Material da etwas anders beschaffen. Okay, und wenn ich diesen Eingriff einmal hinter mich gebracht habe, dann bin ich aber quasi geheilt, wenn man das so lange hat. Oder kommt so eine Ausbuchtung, so eine Beulung, dann nochmal wieder? Ja, also in den meisten Fällen ist das so, wenn wir das andere Mal verschlossen haben, dann würden wir immer sagen, die Patienten müssen weiter kontrolliert werden, weil es kann sich ein Rezidiv ausbilden. Das muss man sagen. Das ist nicht häufig, aber sagen wir mal, das ist so bei zehn Prozent ungefähr der Fall, dass egal, ob sie geklippt haben oder gecoilt haben, dass es sich ein neues Rezidiv ausbildet. Und das kann man dann aber, also wenn man einmal eine Angiografie gemacht hat zur Kontrolle, wieder ein und danach kann man aber beim Kernspin kontrollieren. Und wenn es da stabil bleibt, dann sind wir sicher, dass die Patienten nicht wieder bluten. Das können wir mit sehr großer Sicherheit sagen. Die Patienten, die wieder bluten, paradoxerweise sind die, die nicht zur Kontrolle gegangen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Das passiert schon mal, dass plötzlich nach Jahren der Patient wiederkommt und mit einer Blutung. Warum hat ein Rezidiv? Man hat es nicht gewusst. Also, wenn man einmal behandelt hat, unbedingt zur Nachsorge, zur Kontrolle gehen. Das ist ja auch nicht schlimm. Eine MR-Tomografie ist ja harmlos. Und dann sind sie sicher, dass sie stabil sind. Denn die Patienten, die ein anderes Mal haben, haben auch ein geringes Risiko, ein weiteres anderes Mal zu kriegen. Und das ist der zweite Grund, warum man zur Kontrolle geht. Bei den meisten kommt natürlich nichts raus. Das wollen wir ja auch. Dass es stabil ist. So alle zufrieden, Arzt zufrieden, Patient zufrieden. Aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall wichtig, diese Kontrolle fortzuführen. Das nehmen wir schon mal mit. Ich sage schon mal, dass Sie so toll aufgeklärt haben. Vielleicht zu Ihnen persönlich. Und weil jetzt zum Schluss, warum sind Sie Arzt geworden? Warum Neuro-Radiologe? Ja, also warum ich Arzt geworden bin, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich bin in einer... Nein, keine. Mein Vater ist Lehrer. Der hat es auch nicht so ganz verstanden, warum ich nun Arzt geworden bin. Eigentlich muss man Lehrer werden. Aber er hat mich natürlich machen lassen, was ich möchte. Und ich bin aber in einer Apothekerfamilie groß geworden. Da gab es jetzt viele Ärzte, die waren natürlich dann auch immer wichtig. Das mag eine Rolle gespielt haben. Aber die Kombination daraus, Menschen zu helfen und etwas Anspruchsvolles zu machen, das hat mich irgendwie interessiert. Und dann habe ich das Studium begonnen. Warum dieses Fach? Das ist eine gute Frage, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Das eine, was mich im Studium immer fasziniert hat, ist die Neurologie gewesen. Wir hatten eine, man hat dann ja so Hauptvorlesungen, innere Chirurgie und so weiter. Und die Neurologie-Vorlesung, die hat mich fasziniert. Also die neurologischen Erkrankungen, sozusagen das Spektrum der neurologischen Erkrankungen. Und ich habe dann auch als Neurologe angefangen zu arbeiten in Bremen. Und dann hatte ich aber eine Anzahl von Bewerbungen schon mal losgeschickt. Und der damals, das war eine Koryphäe, Professor Zollmer hier im UKE in der Neurologie, der hat mich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und dann hatte ich die Möglichkeit, das Fach zu wechseln und habe das dann gemacht und habe es bis heute nicht bereut, weil es eine faszinierende Tätigkeit ist, die alle Elemente der Medizin hat. Es ist eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit, sowohl was die Diagnostik angeht, als auch was die Operationen angeht. Viele denken immer, Radiologen sind Bilderbetrachter. Das ist auch ein wesentlicher Teil von dem, was ich mache. Aber das Besondere ist eben auch diese Katheter-Operation. Also das, was der Kardiologe am Herzen macht, macht der Neuroradiologe am Hirn mit etwas anderen Erkrankungen. Aneurysmen spielt beim Kardiologen jetzt nicht so eine große Rolle. Aber wir behandeln ja auch Stenosen und solche Dinge. Und Schlaganfälle vor allen Dingen ist entscheidend. Und das ist sozusagen dieses Spektrum. Diese Kombination ist außergewöhnlich. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich damals diesen Schritt gemacht habe. Das spürt man auch. Und was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Oh, eine Menge. Ich versuche immer wieder noch im Tennis besser zu werden, obwohl das leider sehr frustrierend ist. Aber Spaß bringt natürlich. Und Radfahren ist wichtig. Und Familie, also das Klassische muss man sagen. Also Sport, ich bin ausgelassen. Ich sage, langweil mich nicht und freue mich sehr, dass wir eingeladen haben. Weil es auch sehr angenehm und nett war hier bei Ihnen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dann hören Sie gerne wieder rein in die nächste Folge der Digitalen Sprechstunde. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt.